Lucky and glad, happy and sad, let's read it all together now, let's read it all together now. Nehmen Sie sich dieses Wochenende nichts vor, denn Ekstase ist wieder in Koblenz. Hallo, du schöner Mensch. Mit Nassauer Kelle-Pilz stellen Sie den Geschmack auf den Kopf. Flasche Kopf stellen, eingießen und zusehen, wie der naturtrübe, ungefilterte Genuss sich voll entfaltet. Ah, herrlich, eben Nassauer Kelle-Pilz. Willkommen bei Vogeldruck und Medienservice. Bitte haben Sie einen Moment Geduld, Sie werden sofort verbunden. Welcome to Vogelprint and Mediaservice. Please wait a moment, you will be collected very soon. Der heiße Königsbacher Fassgrill, handgeschmiedet aus einem Original 50 Liter Fass. Teilnahme Karten jetzt überall, wo es Königsbacher gibt oder direkt bei Königsbacher Koblenz. Ich will Bruchgenuss, und zwar bis zum Schluss. Ich brauch Qualität, sonst ist alles zu spät. Es werde Raps, was ich will, mein Schatz. Es werde Raps, yeah, yeah. Raps. Vergessen Sie nicht, Ihr Namensschild anzustecken. Vielleicht werden Sie heute noch angesprochen. Herzlich Willkommen im neuen AWK Logistikzentrum, das wir hiermit offiziell in Betrieb nehmen. Wir hoffen, dass Sie sich wohlfühlen und wünschen Ihnen noch einen schönen Tag. Autohaus Nahtal, mein Name ist Stefanie Treutling. Guten Tag. Jo, Fischbach hier. Meine Frau sagt, ich soll mal nach einem Neuwagen fragen. Gibt's da bei Ihnen auch ein Eröffnungsangebot? Natürlich, Herr Fischbach. Bis zum 15. März finanzieren wir alle Audi und VW Neuwagen mit 0,9% effektivem Jahreszins. Bitch, das ist ja billiger als geliehen. Wir kommen vorbei. Tschüss. Da hat er recht, nutzen auch Sie die Eröffnungsangebote im neuen Autohaus Nahtal. Vom 15. Januar bis zum 15. März in Idar-Oberstein-Weierbach, Gewerbegebiet Dickesbacher Straße. Wir freuen uns auf Sie. Das ZDF hat vor wenigen Wochen eine Vorreiterrolle übernommen und stellt in Zusammenarbeit mit dem Microsoft Network Inhalte aus dem Programm ins Internet. Und mehr. Michael Kramers, Redaktionsleiter online beim ZDF. Das ist auf jeden Fall ein Mehrwert. Oh, let it rain, let it rain, let it rain, let it rain down with me. Radio. Wer fühlen will, muss hören.